Hallo hier meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Rocket League. Du fährst. Pardar, Simon, Rampage. Hallo. Wir mit Pardar im Team. Heute wieder normal. Ohne Rumble. Oh. Da lernt jemand langsam fliegen. Stehen in der Mitte. Ne, das war nur an der Wand entlang gefahren. Alter Pardar, das ist richtig schön. So wie früher, Pardar. Oh, fuck. Ich hab grad schon aufs Power-Up gewartet. Ey, gib mir den Kick. Gib mir den Kick. Ja, schön. Nein. Du willst doch noch ne Vorlage. Bist es nicht. Danke, Pardar. Klopp. Wo ist der andere eigentlich? Weiß ich nicht. Da war ich. Ich mach keine Vorlagen für den Gegner. Das beobachten wir jetzt aber, Arnold. Wollt ich grade sagen. Alles klar. Du Hurenkind. Oh. 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 Da schiebt mir einer weg. Bah. Schade. Bam. Oh man. So läuft das. So läuft das. Da hab ich die Boost-Welle mitgenommen. Bis vorne hin. Erster Boost. Zweiter Boost. Dritter Boost. Völler Boost. Fünfter Boost. Ja klar. Ja klar. Ja natürlich. Ja natürlich. Du wirf uns bitte hin. Wie glücklich. Beide nach vorne. Natürlich. Das gibt es nicht, Alter. Was für ein Glückstor, Mann. Du wärst. Du wärst. Was für ein Glückstor, Mann. Ach, jetzt kommt der wieder nach vorne dran. Wuh. Paragast, soll ich dran? Ne, ne. Oh. Oh. Das war... Alter. Ja das war mein... Danke. Jetzt haben alle auch ein richtiges Eigen-Tor heute gemacht. Ha. Jetzt hab ich ein richtiges Eigen-Tor gemacht. Das war ein einfaches Spiel. Er fährt einfach nur durch, ey. Aber der wär auch so reingegangen, glaub ich. Ja der wär rein. Das... An den Hintern, den Pfosten und dann rein. Der war denn schon berichtet. Aber ist natürlich viel schöner, wenn du das Tor machst, Paragast. Ja. Hat mir auch besser gefallen. Fand ich auch. Sah sehr, sehr schön aus. Ja. Hatte was? Ich fand... Ich fand nur so ein Ball vorbei. Es hatte eh mega was, ey. Das sah richtig gut aus. Ah, da kannst du mal den Ball sehen! Kompar, da. Danke. Jetzt reicht's, jetzt. Hau nach vorne. Ach, klar. So mach das, Mann. So mach das, Mann. So mach... Scheiße! Ja. Kommt... Kommt da vorne in die Mitte. Pass auf. Kommt in die Mitte, ja. Oh! Geh weg, Martin! Nein! Hau da rein, Mach Schum! Nein! Zu spät. Oh! Piu! Hau ihn weg! Ach, wieso dreht's mich denn jetzt schon wieder? Scheiße! Gibt's doch nicht. Ich krieg den Befreiungsschlag. Lustig. Oh Gott! Komm, Martin! Ich hab keinen Boost! Schade! Wuhu! Warte, warte! Springen! Ah! Zwischen oben! Nein! Oh was! Martin macht das Ganze alleine. Ohne Witze, ey! Hat man hier schon gesehen, dass die nochmal springen und die verstrecken bis an die Wand. Ups! Ich fahr! Ich fahr! Was? Lass mich runter! Nein, nicht auf mir rumfahren, Mann! Nein, das gibt's doch nicht! Pada! Gott sei Dank! Pada! Du musst ihn ins Tor schieben. Oh shit! Schade. War echt zu langsam. Ja. Schade. Oh! Da luft er nochmal hoch! Der Hund! Hau da rein jetzt! Weg! Nein! Wie soll ich denn da bitte reinhauen? Ich hab keinen Boost! Wuhu! Wenn ein Paar da vorm Tor ums Springer hätte, krieg ich Angst! Du bist mir verarscht, ich hab grad den Ball gerettet, du! Du hast dir schön ins Tor geschossen, Junge! Du hast dir schön ins Tor geschossen, Junge! Du hast dir schön ins Tor geschossen, Junge! Ja, komm, in die falsche Mitte! Ich hab keinen Boost, ey! Jetzt hau rein! Ich hab keinen Boost, hab ich doch gesagt! Zack, ufff! Wie lange ich dich weiterhauen? Ich flieg, bis der Ball auch wieder landet. Opa da. Oh oh. Oh, jetzt spielt der den grad noch so'n Stückchen. Oh, shit. Oh, scheiße, ich hab's nicht gesehen. Mann, ey! Nein! Lass ihn! Einen Scheiß lass ich den. Oh, warte. Pfff, das gibt's nicht. Einfach zusammengerastet und ist so farna weg. Schön. Ach, kommt trotzdem noch Erster dran. Oh, wow. Das ist doch nicht machbar, Mann. Oh! Das gibt es nicht. Machst du ja eigentlich überhaupt was hier im Game, oder was? Wie er mich anschnauzt? Mach das Eigentonschnauzt mich an, ey. Korrekt. Ahhhh. Er ist doch heiß. Lass ihn runter! Ah, ist ja gut. Neiii! Wär nicht gut gewesen. Doch! Es war doch klar, dass es nicht irgendwie... Vater! Ja! Die Welt geknappt das war! So knapp! Wie hältst du da nochmal hoch? So knapp, ey! Scheiße, Mann! Mach dir das Ding nochmal scharf! Ja, war richtig! Äh, was? So. Ich geb Gas, Bader. Mhhh... Come on, Junge. Du musst wählen, sonst fang ich gleich alleine an. Ah, so, sorry. Boah, der Böse. Darf doch nicht verkacken. Torstein, 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 Torstein! Oh, ne. Das kann nur der Martin verkacken, ey. Und ich. Aber der Martin weniger, aber... Du kannst auch was. Hatte ich dir jetzt... Heute in der Mitte? Heute in der Mitte? Heute in der Mitte? Nein. Das halte ich mir selber vor. Die muss ich machen. Ich fahr raus. Ich hol ihn. Fein in der Mitte. Okay. Der holt sich halt recht, gell. Oh. Warte, warte. Nice! Nach vorne das Ding. Kommt aber nicht so, wie ich's wollte. Ist egal, schieb ihn nochmal rein. Du hast noch ne Chance. Jetzt, Warte! Äh. Bist du vom Tor? Nee. Jaaaa! Jaaaa! Scheiße! Was war das bitte für ne geile Aktion? Du legst mir vor und dann... Alter! 102 Kilometer! Juhi! So macht man das, Jungs. Ja, echt. Mhm. Bitte. Scheiße gemacht. Ja, geil. So macht man das, Jungs. Nice! Das war wieder meiner. So macht man das, versteht ihr das? Scheiße! Kamera nicht klar gekommen. Hätte da rausfahren müssen, verdammt! Ja, ich komm da hin, guck, trifft mich das im ganzen Zweck. Boom! Gut, passt wär ich nach vorne gewesen. Jo. Geht ran! Ah, Simon war dran! Blüm! Martin ist dran! Wirst du den? Oho! 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 Na gut, Simon, der war wichtig. Ja! Pfff! Wenn ich mich gut getroffen hab, hat es gereicht. Ah! Scheiße getroffen! Sorry Martin! Der kommt in die Mitte! Warte! Ich bleibe! Ich bleibe frei! Nimm ihn rein, ich halte dich frei! Oh! Mir ging der Fust aus! Ich hab's gesehen! Oh nein, ich komm nicht mehr ran! Er verzweifelt, da links oder rechts doch so schwer! Du fährst! Wow! Oho! Oho! Ah! Ich hab nicht springen dürfen! Was? Komm schon! Warte, mach ich weg! Schön! Nein! Der geht aufs Tor! Alter! Sehr gut! Mach schon mal wieder an! Solche Trifte noch mal nie im Leben! Normalerweise würde er da 5 Meter am Ball vorbeispringen! Hey, oder wird's ja? Ich fahr! Ich fahr! So, jetzt spielen wir mal wieder mit zwei Händen! Was? Du bist fertig mit Wichsen, oder was? Ah, schade! Ja, Mann! Alter, wieso kommt der Ball immer dumm? Ja! Ja! Du bist der, der dumm ist tut! Ja! Du bist der, der dumm ist tut! Ich fahr weiter vor! Vater springt drauf! Er springt drauf! Es passiert nichts! Ja, klar! Mann! Jedes Mal ist irgend so ein Handelswixer von euch dran, ey! Das ist ein Handelswix! Was? Ein Handelswixer? Ein Handelswixer? Ein Handelswixer hab ich gesehen! Oh Gott! Der ist rechts! Fuck you! Nein! Es ist das dritte Tor, wo es einfach abprallt und dann auf unser Tor zuläuft! Anders können sie es halt nicht! Ne! Ja, geile Konter halt! Yes! Der Handelswixer! Handelswixer hab ich gesagt! Ja, Mann, kennst du nicht das berühmte englische Buch aus dem Leben eines Handelswixers? Der Handelswixer! Ja, geh, geh! Fucken, Alter! Scheiße! Du, 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 dass du nach hinten kommst, Mann! Denn bei dir lernt, das Out corporate! Er pallt immer nur ab und direkt aufs Tor! Kein! Ja genau vor das Tor! Papa, der war schön vorgelegt! Oh, ich war jetzt! Oh, jetzt ist alles, jetzt kommt alles Böse aus mir raus. Komm komm, sagst du das Interesse Bank, Mann! Fuck you! Jetzt geht's ab hier! Ich hatte keinen Wurst, Simon, sorry. So! Erstmal auf dem Dach liegen! So! Ich hole wieder, Junge! Verbein! Hast du das im Englisch nicht gelesen? Nein! Ich glaube, es wurde mit Kevin Costner verfilmt. Kevin Costner auch noch. Nein, wie dumm! Wie kann man nur Kevin Costner engagieren? Oh! Wie kann man nur Kevin? Kevin, ey! Sorry, Padda! Okay, das war ganz gut eigentlich. Jetzt legt er das Ding an! Du Assi! Wo machst du denn rum, Mann? Der wäre easy drin gewesen! Ich hab's doch gar nicht gehört, Mann! So gesehen ist Nadim's nicht schlecht. Da kriegt er immer Angst, wenn man's hört. Ah! Zu spät, sagen wir mal hin! Oh, ich krieg die Krise hier! An innen, außen Pfosten und dann raus! Stell dich in die dumme Karte, Mann! Pader! Pass, Pader! Wir müssen das jetzt reißen, Arnold! Bitte! Ich kann dir das nicht versprechen, Junge! Komm, Martin! Und, Finish! Oh! Pader, ich hab's so gehofft, dass du den Hellske! Komm! Pader, fahr's rein! Komm! Wie viel soll ich noch halt, Mann? Jetzt! Komm rein jetzt! Ich hab so Angst bekommen! Ich hatte so Panik! Pass auf! Hier! Hier! Oh! Ja, ja! Oh, er hätt zu denen jetzt nicht rein gemacht! Scheiße! Noch ne Runde! Oh, hier! Fresst meinen YouTube-Manne, ihr Wichser! Hatels Wichser, bitte! Ihr Hatels Wichser, je! Oh Gott, was spannend, ey! Jetzt kommt die dritte Runde, oder? Ja! Das könnt ihr doch nicht machen, Leute! Die armen Zuschauer, Mann! Oh! Ah! Ich würd mal gegen... Ich würd gern mal gegen Pete Smith spielen! Ey, die spielen wirklich scheiße! Wir sind total schlecht! Ja, wirklich! Wirklich jetzt hier! Wir sind wirklich extrem schlecht! Also nix gegen sie, aber da... Also... Also... Ich bin ja scheiße, ja, aber... Oh, shit! Aber das war scheiße von mir! Das war richtig beschissen, Junge! Ach, das reicht wieder nicht! Das ist zu hoch! Ich bin ja schon scheiße, aber die... Die spielen manchmal echt Kokolo. Das ist so... Oh ja, Simon! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ganz ruhig, Warte! Ganz ruhig! Nee, nicht ganz ruhig! Das war ein verschenkter Punkt! Ja, ich weiß! Schau mal hier, was machst du denn da? Ja, was machst du da? Du hörst doch rein, Junge! Überprüfst du den Teer auf welche Risse, oder was machst du da? Du fährst... Was mach ich? Der Teer auf Risse überprüfen! Straßenbaumeister! Maschel! Im Arsch geht er rein! Schade, hätte ich das Boost gehabt! Hätte, hätte! Hätte, hätte! Fahrrad, bitte! Das war mein Ziel, ja! Nice! Komm! Oh, scheiße! Scheiß! Arnold... Arnold Witz... WITZ! Kannst gut bleiben, Mann! Da vorne jetzt! Und rein da! Ich hätte ihn schneller wissen müssen! Nach ihm! Jetzt komm! Er ist der da! Jetzt komm! Er ist der da! Ich bin der da, Junge! Nein! Scheiße! Komm nicht mehr ran! Ich bin der da! Ich bin der da! Oh, da springt er richtig blöd weg! Oh, Alter! Glücklich! Da war leider mein Wendekreis zu groß! Piep, 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 piep! Oh! Schon gedacht, die machen es jetzt wieder direkt! Einer hat ihn abgefälscht von euch, Mann! Ich? Arnold, 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 Arnold! Was machst du denn, Mann? Ich? Ja, was soll ich denn machen? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich wurde ins Door gekickt! Arnold, 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 Arnold! Was soll ich denn da machen? Ich wusste nicht, ob du noch rankommst, Simon! Ja, das war gut! Kennst mich ja! Ich hätte da nichts machen können! Oh! Wo ist Purponzentakel, Mann? Ja, wo ist der, wenn man den braucht? Oh Gott! Ah, guck mal den, der war... Der war gut, aber ich war leider... war ans Positioniert! War nicht so tief in Vorlagen! Oh nein! Sorry, mal den! Ich wollte den eigentlich nur so hoch lupfen und nicht so weglaufen! Ja! Gerade mal 20 Meter verfehlt! Ein riesen Flankenwechsel geschlagen! Ich hasse es, wenn dein Ball vorbei fährst! Das ist so verschissen, Mann! Ja, wenn du so unten drunter bist... Rann, 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 rann! Ja, ja! Ah! Warte, in der Mitte! Komm! Nein! Das ist dringend ein bisschen... Oh! Da kommt ein reiner ran! Der ging ans... aufs Tor, ja... Nein! Da kommt keiner dran! Von mir aus... Geht ran, geht ran, geht ran! Yes! Shit! Uff! Nein! So knapp! Anna? Nein, ey, da muss doch mal drankommen, ey, das Gesicht! Das ist eine riesen Karre, Mann! Oh nein! Oh shit! Geht ran, geht ran, geht ran! Scheiße! Pater, kommt ran, pass auf! Komm, die sind alle weggekugelt! Er springt blöd! Beziehungsweise, ich bin blöd gelandet! Sorry, Pater! Geh ans, geh ans ein Tor! Ach, schau! Alter, tu das Ding vor dem scheiß Tor weg, sonst rass ich aus! So! Achtung, Mann! Ne, der geht daneben, aber du musst ran! Oh, wieso sagst du, dass der reingeht? Alles, ja, aus der Hoffnung einfach! Puh! Pater! Ich lass ihn dir! Wieso stehst du so da, wieso die Tür? Weil ich grade bremsen musste, weil ich schon dran vorbeigefahren war! Weil er grad Risse eben hergesucht hat! Fahrt ran jetzt! Steht da, wir sollen! Ach, wie so ein Baum, ey! Ich geh in die Mitte! Oh fuck! Jawoll! Jetzt stand ich so weit vorne! Oh, Pater! Musst du da rankommen! Gut! Gibt's doch nicht! Wow! Alle, jedes Mal, ey! Wieso können sie nicht weiter hoch... Yes! Ne, ne, ne! Yes! Scheiße! Komm doch mal ran! Sauber! Ohohoho! Machst du doch richtig knapp, ey! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Arnold, fahr auf die Satzbank! Das ist jetzt, das ist jetzt ein Ehrending! Das müssen wir jetzt gewinnen! Das werde ich richtig sehen! Warum ist das jetzt so ein Ehrending? Weil wir jetzt, weil ich dafür gekämpft habe! Es ist ein Spiel, Pater! Nein! Ein Ehrending! Verstehst du das? Du hoher Kind! Arnold, war da ein Ehrenmann? Du fährst ran, Arnold! Komm! Scheiße! Ah! Geh noch mal ran! Wo warst du? Warum warst du so ein Tor? Komm noch mal! Ah! Geht ran! Ja! Nice! Hau dir in die Mitte! Okay, aber nicht so richtig! Nee, nicht so! Aber alles ist okay! Komm mal! Geht ran! Ich geh dran! Ja! Geh ran! Ah! Ich wurde weggekickt! Ich hab ihn! Nicht auf dich! Was ist hier los? Wir kriegen's hier los! Ja, Simon! Nee, das gibt's doch nicht! Mann, nein! Da hau ich direkt mit einem Lappen! Du bist so dumm, ey! Da pressen sie sich den Ball zusammen! Das war genau da! Das war dämlich! Ja, okay! Der ist scheiße! Verlorene! 30 Sekunden! Oh, Martin! Raune rein, Arnold! Komm! Arnold, das ist der Letzte! Gehst du mal dran, oh Mann! Was ist das denn, wenn du dich vorlose? Oh! Pader ist grad weg! Haben wir Zeit! Oh, Arnold fährt daneben! Wo ist denn Pader? Pader, was machst du? Du bist auch dran vorbei! Er fickt dich doch, Alter! Ich hab' keinen Bock mehr! Ich hab' keinen Scheiß-Spiel! Nein! Das war knapp! So! Also da sieht man wieder mit Mushroom läuft's! Oh, ich würd mich jetzt grad wieder so gern aufregen, aber ich halt's zurück! Wenn er jetzt neben mir stehen würde, ich würd ihn grad so in die Fresse hauen! Hier, da! Und er wird das mal nicht mehr aufstehen! Vielen Dank euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!